Hallöchen zusammen, ich bin heute hier auf dem Friedhof hier in der Ecke. Friedhof San Antonio de Padua nennt sich der. Da gibt es eine Kiste und dafür braucht man den Schlüssel zum Kuchtouren. Da ich jetzt selber eine ganze Weile gesucht habe, habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal, wo ihr den findet. Ihr müsst ein paar Meter laufen, fliegen, rennen, schwimmen. Schwimmen ist hier ein bisschen schwierig, aber irgendwas in der Nähe, in der Art. Und zwar das Stück hier hoch, hier hoch natürlich, zu Freddys Friedhof. Der ist ein paar Meter weiter und genau, also der heißt auch Freddys Friedhof und da findet ihr hier direkt an der Ecke eine blaue Hütte. Klettern wollte ich eigentlich nicht. Man müsste dann hier ein bisschen drauf umfügeln. Und dann liegt hier am Ende des luxuriösen Bettes der Schlüssel am Kopfende. Liebe Sophia und so weiter und so fort, den lese ich euch jetzt nicht vor. Könnt ihr noch ein bisschen Glipper-Rimpf hier mitnehmen. Und dann geht es zurück. Das mache ich noch mit euch. Und dann schrauben wir da nämlich noch rein und testen natürlich, ob der Schlüssel passt. Auch noch ein fleißiger Mitarbeiter. So und schon kommen wir hier rein. Und dann ist hier die Kiste. Das war schon das ganze Spielchen. Einmal industrieller Werkstoff könnt ihr euch hier ergattern. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen damit weiterhelfen. Sag danke für's Schauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.